Was machst du? Lass mal. Der liebt dich. Soll ich dich aufmachen? Jetzt kannst du ihn so ausziehen. Der ist ja klug. Soll ich dich mal helfen? Ich glaub, der will ihn selber anziehen. Ja, der will ihn aufmachen. Ach so. Schau, du kommst da aber nicht rein. Nein, nein, nein. Ein! Wer macht den Weg? Ja, süß. Das sind meine Füße. Guck, der macht sauber. Pass auf, bevor sie sich noch entlauschen. Die Uhr wieder. Oh, dein Zopf. Oh, jetzt fällt sie deine Spange. Iiiiih! Iiiih! 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 Ist ja eigentlich schwer. Sie guckt jetzt auf de Läuse auf. Iiiih! Sie ist so süß. Oh, deine Läuse. Sie guckt jetzt auf de Läuse. Oh, ne. Hast du das gesehen? Sie sieht die Läuse. Sie hat viele Läuse. Iiiih! Oh, 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 oh. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ihr kennt mich auch von Youtube, gell? Du willst ein bisschen Foto? Ich kann die Ahnung. Ich kann die Ahnung. Ja. Oh, das ist ja wie ein Film. Ich glaub ich. Hallo. Ja, du hier. Hier kriegst du. Gib mir mal dein Haar gut. Nee, aber nicht für den Haar gut. Aber nicht für den Haar gut. Ja, aber nicht für den Haar gut. Deine Kette, pass auf. Nein, das ist noch nicht. Ja, aber wenn... Neu Kirikatz. Ich will auch eine Kette. Au! Ja. 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 Ja.